Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 27.000 US-Dollar, leicht negativer als gestern, lag natürlich auch daran, wir haben den Fett-Zinsentscheid hinter uns, wir haben die Räte von dem alten Mann hinter uns und wir haben einen extrem starken DXY und einen Euro-Abschluss hinter uns. Also es ist gestern einiges passiert, vielleicht nicht am Kryptomarkt, wie man es hier gerade sieht, aber dafür an den Stockmärkten und auch an den Forex-Märkten sehr, sehr viel Bewegung derzeit drinnen. Denn was das möglicherweise noch für Auswirkungen haben könnte für uns, werden wir uns auf jeden Fall in diesem heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock auf kostenlose Updates, News und auch Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und gestern Livestream auch hier. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Hat gestern richtig Bock gemacht, sehr, sehr viele Diskussionen auch gehabt, beziehungsweise viel gequatscht. Hat wirklich Spaß gemacht. Und nochmal kleiner Reminder, denkt an eure Steuer. Ich mache die gerne über Cointracking. Link ist dazu auch unten in der Videobeschreibung. Dann kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Denkt daran, die Frist läuft jetzt nämlich langsam aus. So, und damit würde ich sagen, gehen wir in die Analyse rein. Wie gesagt, Bitcoin bei 27.000 US-Dollar. Mal ganz kurz zu den News, die gestern waren. Also, wir hatten unseren Fett-Zinsentscheid. So, der ist wie erwartet bei 5,5% geblieben. Das war auch nicht das Problem. Das war auch nicht wirklich überraschend. Es war eingepriesen zu 99%, dass der Zins dazu bleibt. Wichtiger waren im Endeffekt die Prognosen. Und die Prognosen bis nächstes Jahr Q3 liegen bei 5,1%. Prognose eigentlich, oder beziehungsweise vorherig, war 4,6%. Das heißt, man geht hier davon aus, dass die Zinsen um 0,5% höher sind. Immer noch in einem Jahr als vermutet. Auch die zweijährige Zinsprognose geht auch davon aus, dass sie um 0,5% höher ist. Erst die in drei Jahren geht davon aus, dass sie leicht sinkt. Also, man geht davon aus, dass die Inflation dann deutlich zurück ist. Auch natürlich die Zinsen dann deutlich zurückgehen. Aber erst in drei Jahren. Und das hat Paul auch gestern nochmal des Öfteren betont. Hat auch gemeint, man rechnet nicht vor 2027 mit einer Rezession. Deswegen wahrscheinlich auch die niedrigen Zinssätze in drei Jahren. Und wir hatten es auch gestern so ein bisschen im Livestream gehabt. So dieses Jahr 2024, 2026. Also so diese Zeitspanne könnte für Krypto und die Stockmärkte sehr, sehr interessant werden. Auf jeden Fall, was ist passiert? Wir hatten eigentlich keine Bewegung während dieser Zinssache. Der Markt völlig unverändert. Ging dann ein bisschen runter auf ungefähr 26.800 US-Dollar. Aber es ist einfach diese grobe Range, die wir in den letzten Tagen einfach gebildet haben. Kein Impuls nach oben, kein Impuls nach unten. Deswegen auch keine Trades. Ich habe es gestern dazu gesagt. Wir sind grundsätzlich immer noch bullisch. Wir haben einen Abtrend liegen. Wir haben kein tieferes Tief hier. Ansonsten für mich einfach die Marke 28.2, 28.3 ist für mich immer noch einfach so dieser Short-Bereich, den ich gerne erreichen würde. Was man jetzt hier vielleicht noch so sagen könnte. Okay, wir bilden hier so langsam so ein kleines Rounding-Top. Das müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. Ansonsten Newslage haben wir heute. Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge Arbeitslosenhilfe, die auch nochmal ein bisschen Bewegung reinziehen könnten. Aber an sich ist das Volumen oder die Umsätze sehr, sehr gering. Auf dem 15-Minuten-Timeframe auch mal ganz kurz der Blick drauf. Tut sich auch sehr, sehr wenig. Was ich mir gut vorstellen könnte, dass wir uns diesen WIG hier nochmal bei den 26.8 nochmal ganz kurz fischen. Würde ganz gut passen, weil wir hier sehr, sehr starke Selling-Pressure hatten mit einem kleinen WIG. Also die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall, dass wir hier nochmal runtergehen und dann einen neuen Anlauf in Richtung 27.500 US-Dollar starten. Also grundsätzlich, die Märkte oder an Bitcoin hat sich wenig geändert. Der Zinsentscheid hat wenig gejuckt. Die Rede vom Pole hat wenig gejuckt, weil natürlich auch sehr, sehr wenig Input kam. Ich habe das gestern mal versucht, ein bisschen so zusammenzufassen. Ja, die Reduzierung der Inflation erfordert wahrscheinlich eine Phase mit unter dem Trend liegenden Wachstum. Ja, dann der übliche Satz, die Entscheidungen treffen wir von Treffen zu Treffen. Wir sind in der Lage, vorsichtig vorzugehen. Und Fettprojektionen sind kein Plan, die Politik wird angepasst. Also man will hier immer wieder auf irgendwelche Ereignisse reagieren. Immer wieder das gleiche dumme Gelaber. Also, zurück zu Bitcoin. Auch hier, wie gesagt, warten wir jetzt erstmal ab für den heutigen Tag 26.800, 26.700 und auf jeden Fall die 27.500. Das sind die nächsten Marken, wo wir uns potenziell short oder long orientieren können. Würde aber sagen, bleibt hier einfach ein bisschen vorsichtig. Überstürzt hier nichts, denn, wie gesagt, wir hatten gestern einen sehr, sehr volatilen DXY. Also nachdem wir erst diesen impulsiven Move hatten zu den Zahlen, ging es nochmal ordentlich nach unten. Und jetzt befinden wir uns hier oben eben an dieser Grenze mit einer deutlichen Bearish Divergence. Daraufhin, jetzt sind wir gerade mal ein bisschen so im Forex-Markt, Euro hatten wir gerade schon in der Gruppe extrem abgestürzt. Also richtig, richtig tief bis auf 1,061. Aber auch hier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir möglicherweise heute nochmal so eine Trendwende sehen. Also, dass die Märkte komplett entgegengesetzt traden, weil auch der NDX extrem viel verloren hat. Und jetzt hier, ihr seht jetzt auch hier, ich bin jetzt beim NDX gerade long gegangen. Deswegen das Setup, das können jetzt alle schön nachmachen. Nicht damit es wieder heißt, du hast nichts gesagt. Hier ist das Setup dazu. Stop-Loss habe ich bei 14.688. Ich habe aber noch eine zweite Order hier bei 14.8. Also da könnt ihr gerne mit rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten rechne ich hier erst einmal mit so einer kleinen Erholung, so im Laufe des Tages auf jeden Fall. Weil es gestern dann doch meiner Meinung nach, trotz dieser eben Zinsprognose, ein bisschen zu stark eigentlich nach unten ging. Natürlich starker Dollar und sowas, wisst ihr Bescheid. Aber trotzdem war das für mich ein sehr, sehr starker Move, den ich immer noch nicht so wirklich nachvollziehen kann. Ganze Kryptomarkt ziemlich unbeeindruckt, aber dafür eben Forex und Stockmärkte ein bisschen mehr beeindruckt davon. Aber gut, warten wir mal, was heute kommt. Auch Gold deutlich erst einmal eingebrochen, nachdem wir hier im Widerstand rausgeknallt haben. Gestern im Stream habe ich gesagt, bitte Take Profit 2 nehmen. Ja, auch hier jetzt erst einmal ein bisschen abwarten. Also Chancen sind gerade sehr, sehr viele da, vor allem bei den Stockmärkten. Aber Kryptomärkte müssen wir echt noch ein bisschen vorsichtig sein. Auch Dow Jones absolut uninteressant hier an dieser Stelle. Warten wir jetzt erst einmal ab. Wie gesagt, ich gehe weiterhin eher davon aus, Krypto Richtung 28.3. Das ist einfach so ein bisschen die Zielzone, die ich gerne noch sehen würde. Bevor wir möglicherweise diesen Abverkauf sehen. Und weil ich es euch auch nicht vorenthalten möchte, gehen wir nochmal ganz kurz in den Daily Timeframe. Und da hatten wir nämlich gestern auch mal so das Gespräch, was ich denn noch so einerseits für Preislevel sehe. Da, wenn wir jetzt von unserem Top, also von unseren 31.8 bis zu unserem Low 24.3 des FIP-Level ziehen, ist einfach diese Zone hier relativ groß. 28.2 bis 29.2. Weil das sind die Zonen, die ich mir vorstellen kann, die sich der Markt noch möglicherweise holt. Dann für alle Künstler unter euch. Wir haben hier dann auch möglicherweise ein schönes Head & Shoulders Chartpattern, was auch dazu passen würde. Und vom Preisziel auch übergeordnet unsere 20.000 US-Dollar nochmal interessant machen könnte. Also bitte nicht hier jetzt in Panik verfallen oder sonst was. Es geht hier einfach nur darum, um Chancen und Wahrscheinlichkeiten. Und die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass wir nochmal eben in diesem Bereich zwischen 19 und 21 K vorstoßen. Langfristig könnte uns das aber extrem gut tun. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Wie gesagt, Head & Shoulders Chartpattern sind zwar immer schön, wenn man sie einzeichnet. Die Frage ist, gehen die Dinger dann auch im Endeffekt genauso auf? Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? Head & Shoulders Chartpattern kommt noch ein riesiger Crash bei Krypto. Was haltet ihr von den Forex- und Dingmärkten? Erholung auch heute möglich? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns möglicherweise dann später nochmal. Ansonsten bei Krypto-Guru und zwei Altcoin-Analysen kommen heute noch. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag auf jeden Fall. Macht das Beste draus und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe auf jeden Fall joinen. Denkt an eure Steuer, ganz, ganz wichtig. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, Stay Krypto.